Wo schaust du hin? Hast du deine Ziele erreicht? Wurde aus dem Ja, ganz sicher, doch nur ein Vielleicht. Hast du alles gegeben, alles versucht, doch alles, was dir bleibt, fühlt sich an wie ein Versuch. Es wäre noch so viel mehr möglich gewesen. Was wäre, wenn du einfach dran geblieben wärst? Ich weiß, es war schwer, aber alles, was jetzt bleibt, ist so leer. Und am Ende diesen Jahres kämmt die Hoffnung auf, alles nimmt im neuen Jahr seinen geregelten Lauf. Aber hey, was ist schon ein geregelter Lauf? Das ist nämlich dieser alljährliche Brauch. Im nächsten Jahr wird alles besser. Aber wir vergessen, dass wir genau jetzt alles besser machen können. Denn schon heute haben wir so vieles erreicht. Und während die Zeit so allmählich verstreicht, stehen so viele gute Dinge für uns bereit, die wir nicht bemerken, wenn wir bei unseren Werken nur an morgen denken. Denn schon heute, ja jetzt ist wichtig, wenn du deine Lieben siehst, dann sag ihnen, dass du sie liebst. Denn ohne sie wäre alles sinnlos und traurig wie ein endloser Krieg. Und wenn du dich erinnerst, dich besinnst, dann fallen dir bestimmt viele kleine Dinge ein, die dieses Jahr wunderbar gemacht haben. Diese Momente, wo du dir sicher warst, du bist auf dem richtigen Weg. Und ja, du bist auf dem richtigen Weg. Denn da, wo du heute stehst, bist du ein Licht, das viele bewegt. Und glaub mir, eins ist sicher, du bist niemals zu spät. Du weißt doch, Gott hat alles im Blick. Und egal wie verrückt diese Welt sich um dich herum immer ein Stück weiter und schneller dreht, bleibt er doch immer der Gleiche. Bleibt er immer bei dir, umgibt dich mit neuer Inspiration und Energie. Und wird dir einmal wieder alles zu viel, dann mach eine Pause, schaue nach oben und sei dir sicher, schon heute bist du sicher am Ziel. Vertraue und glaube,